hallo und herzlich willkommen zurück zu the witcher 3 ja und schon wieder sind sie hier am bibbern das kann ich verstehen weil es ist ja wirklich sehr sehr nass hier auch gerade wir haben beim letzten mal gesagt dass wir mal hier schauen bei der tafel das werden wir auch tun ich bin mir gerade nicht sicher ob wir plötze dazu mitnehmen so jetzt laufen mir schon andere pferde um hilfe weil das sind ja jetzt nur ein paar meter und immer weg da junge und ich möchte die neue ordnung am donnerstag sind alle bauen in der umgebung eingeladen gute leute blablabla tut den eindringen hört her neue leute des nordens wenn ihr euch nach freiheit verlangt wenn ihr bereit seid zu den waffen zu greifen eure heimat zu verteidigen dann auf in die wälder wir werden täglich stärker jedoch ohne kampf bei den seelen okay da sind jetzt keine richtigen aufträge drin zusatz rationen hiermit gibt die kaiserliche garnition bekannt dass die armen des dorfes wöchentliche essens rationen entgegennehmen dürfen die rationen werden nur an empfänger abgegeben die für ihre bedürftigkeit nachweisen können betrüger werden im vollen umfang okay alle leute kann mir jemand seinen fluglein freiwillige gesucht kaiserliche armee gesucht deserteur okay aber da ist jetzt nicht so wie ich das jetzt gedacht hätte es gibt viel interessantes in den dichten wäldern und dunstigen sümpfen zu entdecken wenn du dir ein anschlag brett ansiehst erscheinen fragezeichen markierung auf deiner mini karte die mögliche interessante orte kennzeichnen aha das heißt das heißt wir haben jetzt hier neue die mir doch nicht auf den sack lass mich doch einfach mal gucken mein gott so wir haben keine fragezeichen wir haben nichts bekommen bisher wir wir könnten aber theoretischerweise hier links noch so ein bisschen entlang reiten hier unten hätten wir ja auch noch ein bisschen platz und was ist das denn hier mit dem standard standard weißgarten äh und oben ja gut oben sind jetzt dichte wälder da haben wir auch noch nichts wo wir jetzt wirklich porten können ja gut die weggabelung da unten haben wir plötze komm mal mit ich idiot hab natürlich jetzt wieder vergessen ach ja jetzt mach mir doch nicht ständig was neues da rein so äh hallo ah jetzt ich wollte gerade sagen wieso darf ich die jetzt nicht markieren plötze hallo pferd bei fuß boah ist das dein ernst muss ich jetzt hier zu fuß laufen oder was nur weil mein blödes pferd nicht kommt wenn es weiter so gießt werden alle meine knollen verfaulen plötze bei fuß zu mir da ist irgendwas mit gelbs achso weil das ein kaufmann ist okay jetzt kommt er endlich mal du sollst zu mir kommen und nicht irgendwie drei kilometer dahinter stoppen so moment da war die weggabelung ah lass mich absteigen hätte ich jetzt auch zu fuß hinbekommen toll ähm hallo wieso kann ich oh Leute macht doch mal diese scheiße da weg ich will einfach nur woanders hin porten so ich lese mir das ja gar nicht mal durch weil es mich einfach nur nervt so jetzt muss ich nur mal eben gucken in welche richtung das müssten wir ja eigentlich auch so markieren können ne so machen wir einfach mal hier so so plötze brauchen wir auch plötze bei fuß sag mal bist du so ein alter Gaul oder warum läufst du so langsam also ganz ehrlich hier so los lauf was ist denn dieses komische rote was da angezeigt wird ist das die Mauer schneller ne nix schneller also schon schneller können wir gerne äh ich wollte das einsammeln aber ist in Ordnung presch du einfach mal da durch ohne dass ich dir okay ich glaube da wäre mir jetzt runtergefallen was ist denn mit dem Häuschen hier keine Hexersinne Tür ist auf der anderen Seite mal schauen scheint irgendwas passiert zu sein oh äh ja es ist was passiert ich glaube die brauchen ihre Vorräte nicht mehr die können wir mal mitnehmen so wo wollen wir denn hin da hinten ist das grüne Plötze Plötzchen wo bist du kommst du durch das ja kommst du da durch dein Ernst jetzt bleibst du mittendrin hängen oder was wie soll ich denn hier aufsteigen also ehrlich dieses Pferd ist irgendwie seltsam ähm gut ich will jetzt hier nicht komplett durch den Wald durch ich will schon so dass man auch was sehen kann da hinten sind Gegner los los ähm okay das ist offenbar ein Schlachtfeld hier okay das ist kein Schlachtfeld die sind einfach nur abgeschlachtet worden von denen gehen wir mal hier weiter mal gucken interessante Orte äh sind auf der Minimap Orte der Macht Kriegsbeute bla 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 Banditenlager ja und was ist das jetzt ist kein Banditenlager nehme ich mal an oder diese Brücke wurde nach einer Frau benannt die aus unerfüllter Liebe den Verstand verlor okay und das heißt jetzt hier dass die abgeschlossen ist oder wie verstehe ich das jetzt hier ich wollte aber auch eigentlich nach rechts rein reiten komm schon Plätze scheint das dazugehörige Symbol achso ich kann nicht nach rechts weil das ist ein Fuß dann gucken wir mal ein bisschen da ist auch wieder was Rotes oh ja sehr rot ähm ist aber anscheinend nichts was ich irgendwie einsammeln kann oder so ja also ich muss ganz ehrlich sagen so die Erkundung ist ein bisschen komisch gemacht beziehungsweise ja man weiß halt nicht so genau wo man hin soll oder kann ähm eigentlich sollte da was hochgehen da ging aber nichts hoch jetzt ist hier wieder ein Wald und hier geht es jetzt wieder runter so wie es aussieht ja ja gut okay Meilen um Meilen um Meilen was was ist was was hallo was jetzt los ich hab das Ende das ist doch nicht das Ende der Welt hier und wieso gibt es hier Drachen hä äh so ist es gut ist er wirklich ein Drache nö Moment ne achso ich gucke jetzt aber auch in die falsche Richtung wie hier gibt es Drachen was soll das denn jetzt verstehe ich gar nichts mehr okay also irgendwie ist es sehr verwirrend wenn man sich jetzt so umkehren oder weitergehen jetzt ist hier auch das Ende das kann doch nicht sein dass alles um mich herum das Ende der Welt angeblich sein soll hier ist doch nichts hier ist noch ein Riesenstück rechts von mir achso da kann ich aber nicht hin so wie es aussieht ich kann nur nach links ja also das ist alles ein wenig seltsam in dieser Welt also entweder habe ich hier schon alles gemacht oder ja ich würde sagen wir reisen jetzt einfach mal wieder zu dieser komischen Kicherbrücke warum nimmt er das jetzt nicht an jetzt nimmt das an und hallo wieso gehst du da jetzt wieder rein ähm ja und porten von da einfach mal in ein anderes Gebiet also hier scheint man nicht allzu viel machen zu können oder ich habe das jetzt wirklich noch nicht so richtig durchgeblickt was jetzt so ne was jetzt so der Sinn hier ist schneller nein du sollst du kannst es anscheinend nicht aufnehmen wenn du auf den Ding draufsetzt ist in Ordnung ich habe nur keine Lust jedes Mal runter zu springen sobald ich irgendwo was sehe was ich einsammeln kann so langsam langsam nichts langsam wird jetzt geportet so ähm wie war das jetzt nochmal mit Y raus dann haben wir hier Stufe 2 Stufe 5 können wir auch nicht machen aber gehen wir mal zu Stufe 2 rüber das ist aber nur die Burg jetzt oder was Gerald und Jennifer waren wieder vereint und Gerald war zufrieden doch der Hexe erfuhr dass ein einstiges Mündel Cirilla von ihrer langen Reise zurückgekehrt war und nicht nur das sie war in Gefahr Gerald musste Cirilla finden auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennifers das ist toll Gesundheit hier war glaube ich auch noch irgendwo eine Quest wenn ich mich richtig erinnere was ich jetzt komisch finde ich glaube hier kann man anscheinend gar nicht aus der Burg rausgehen also da müssen wir hin was ich aber gerne mal ausprobieren würde genau hier dieses mit der Meditation Meditieren bis 13 Uhr was haben wir denn jetzt gerade sieht man gar nicht achso da unten aktuelle Zeit 13.50 Uhr ich will nicht so lange meditieren machen wir mal wie das kann ich jetzt nicht tun dann halt länger wieso kann ich jetzt nicht meditieren was ist denn das für ein Quatsch okay also es gibt doch viele Mysterien die ich irgendwie noch herausfinden muss hier mal schauen wie ich das hinkriege weil ich will jetzt nicht mein ganzes Brot daran verschleudern aber anscheinend füllt sich ja auch nichts wirklich auf irgendwo hier war doch ein Questgeber hier rechts ist das dieser komische Typ ne das ist der hier oder ne ich will nicht spielen ich denke er ist ein Questgeber oder bist du das ne sag mir bitte das ist nicht der ich will nicht gegen den spielen ich weiß auch nicht mal was das für ein Spiel ist das heißt man kann jetzt hier gar nichts machen auf der Borg außer diese komische Kartenspiel na toll ja keine Ahnung ob wir das dann irgendwie hinkriegen aber ich würde sagen dass wir dann einfach mal weiter nach Velen reisen war jetzt alles so schön gedacht dass man mal ein bisschen erkunden kann und wir haben ja auch zwei Aufgaben gemacht allerdings in der letzten Folge war das diese Folge haben wir jetzt nicht allzu viel gemacht sind nur ein bisschen rumgelaufen und haben mal geschaut und sich darüber geärgert dass irgendwelche Leute hier kein Deutsch können um uns herum ja Reise komm wie hieß das jetzt nach Velen nach Velen wo zur Hölle ist Velen da empfohlen ist Stufe 5 ja tut uns leid aber wir können nicht mit Stufe 5 dahin weil wir nichts haben womit wir leveln können hier gibt es nirgendwo Quests das sind ganz viele Anschlagbretter das ist toll was ist das hier hier können Gegenstände aufbewahrt werden mhm ok da unten auch ja gehen wir erstmal hier hin wissen wir doch der Hexer erfuhr dass ein einstiges Mündel Cirilla von ihrer langen Reise zurückgekehrt war und nicht nur das sie war in Gefahr Geralt musste Cirilla finden auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennifers die Ladebildschirme sind ja schon lustig fünf Tage später das liegt nur daran dass wir umhergeirrt sind und nicht wussten was wir tun sollten dass wir es ordentlich ist das stimmt Lade aber wir haben auch das bestimmt dass wir ja dass wir unser aber äh wir er so ruf Vielen Dank für den Kauf der Erweiterung Hearts of Stone. Was interessiert mich jetzt? Die Erweiterung. Ich will hier mit der Hauptquest erstmal weitermachen. Deine bisher verfolgte Quest wurde gegen die erste Quest von Hearts of Stone ausgetauscht. Warum? Wir empfehlen grundsätzlich die Erweiterung erst mit einem Charakter ab Stufe 30 zu spielen. Ja, warum bringt ihr mich dann jetzt Runenschmied? In der Erweiterung kannst du einen Runenschmied finden? Ja, ich will jetzt keinen Runenschmied. Och, geht mir doch nicht auf den Sack hier. Wie komme ich jetzt hier auf meine... Ne. Ja, lass mich raus. Wie komme ich jetzt hier auf meine Quests? Da. Geh zur Taverne. Damit will ich weiterhin fortfahren. Das ist aber Stufe 5. Das hat doch gar nichts mit denen jetzt zu tun. Wieso sagt der denn, das ist ausgetauscht? Oh, ich verstehe es gerade. Ich. Also, es ist irgendwie ein bisschen unübersichtlich gemacht alles, finde ich. Man weiß zwar schon irgendwie, wohin man muss, aber... Ja. Da war gerade was, ne? Ja. Schneller. Strudel oder so. Okay. Da ist ne Wache. Wann sich den jetzt hin? Da. Aber ich muss zugeben, es verwirrt mich alles noch so ein bisschen. Ich mein, es heißt, man kann umherreiten und erkunden und stimmt ja offensichtlich auch, aber dann kann man plötzlich nicht zum Ende der Karte reiten, weil dann ständig irgendein komischer Hinweis kommt von wegen Drachen und... Also, wenn ihr mir zu diesem komischen Teil mit den Drachen was sagen könnt, das wäre super. Schreibt es bitte in die Kommentare, weil ich möchte natürlich das Spiel vernünftig spielen können und... Oh, wow, sind da viele? Komm, schau. Okay. Ähm... Hier ist übrigens auch eine Quest, habe ich gerade gesehen. Aber wenn die uns schon dazu zwingen, hier weiterzumachen, dann will ich jetzt auch, äh... Uhra. Das sind richtig viele Gegner hier. Wie reitet der denn jetzt hier mit mir eigentlich? Jetzt will er doch nach links. Kann er sich jetzt mal entscheiden? 110 Schritte. Also wahrscheinlich da oben im Dörfchen, denke ich mal. Rechts sind auch irgendwelche Gegner. Will ich wissen, worum es geht? Hi. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss oder wo ich hin muss. Frage in der Taverne nach einem Magenten. Fragen wir mal den Wirt, oder? Nee, mit dem können wir wieder nicht reden. Jetzt. Ich suche einen Mann. Nennt sich Hendrik. Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden. Worüber? Gib mir was Starkes zu trinken. Okay. Du musst verschwinden. Zur Hintertür raus. Äh... Wir kriegen Gesellschaft. Wer ist das? Wirt! Wodka! Wer ist das? Wer bist du? Sieht aus wie ein Tapper Krieger. Hat zwei Schwerter. Hey, Grauhaar. Warum hast denn du zwei Schwerter? Bestimmt hat er auch einen zweiten Schwanz in der Hose. Bist du taub? Spuck endlich aus, wer du bist. Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Wie wär's, wenn ich euch einen ausgebe? Wieso das? Ich habe Gold. So einfach ist es. Ich trinke nicht mit Fremden. Wir trinken eine Runde zusammen, dann sind wir keine Fremden mehr. Anschließend geht jeder seiner Wege. Und welcher wird deiner sein? Nein. Unterwegs nach Norvigrad. Stadt der Huren und Hurenböcke. Auf euer Wohl. Und auf meins. Prost! Folge mir, wenn du rasten willst. Ich kann dir eine Bank anbieten. Ich ging ins Haus und da war dieser Trottel mit einem Typen, der aussah wie sein Sohn. Ein hübscher Junge, dachte ich mir. Dieses Landei hat vermutlich... Das hat ja mal geklappt. Danke, dass du mit diesem Schwein keinen Streit angefangen hast. Ich stecke meine Nase nicht in die Angelegenheiten anderer. Willst du über Nacht bleiben? Nein. Hm. Ich suche nach Hendrik. Er lebt in Heidfelde. Noch nie davon gehört. Auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für ein Leib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja. Und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke, wird's. Okay. In Heidfelder. Mal schauen, wo das ist. Heidfelde, Heidfelde. Das hier? Ja. Okay. Muss ich jetzt aus dem Fenster rausspringen oder darf ich auch vorne rausgehen? Ich geh mal einfach vorne raus. Ich mein, das sind ja jetzt meine Kumpels, ne? Ich hab ja jetzt einen Schnaps ausgegeben. Das war gar nicht mein Pferd. Plötze. Da bist du. Kleiner, du kannst doch nicht einfach so hier auftauchen. des Tages, kannst du dich nicht mehr verstecken. Hörste? Und du wirst zusehen müssen, wie jeder Karle in dieser Einheit sieht. Das war schon. Mehr hörst du nicht? Das ist alles. Hä? Ich würde nicht mehr auf den Fenster rausspringen. Okay. Ja. Also ich wollte jetzt auch keinen Streit mit denen anfangen. Nicht, weil ich da jetzt Angst vor hatte, sondern einfach nur, weil ich denke, dass so ein... Ja, wie soll ich das sagen? So ein Hexer nicht dafür da ist, um eben Streit mit alles und jedem anzufangen, sondern ich persönlich als Hexer möchte anderen helfen. Vielleicht auch entlohnt werden von mir aus, aber ähm, was ist denn hier los? Äh, wo bin ich denn jetzt gerade? Moment. Rechtshalten und dann dahin. Okay. Die kranken Schwarzen, die irgendwo hingeschickt werden, okay. Das hört sich nicht gut an. Moment. Das kann ich jetzt wieder nicht nehmen von hier aus, ne? Los, lauf! Nein, du sollst nicht laufen. Mann, steigt doch einfach mal ab. Ich weiß nicht, ob ich davon schon so viel habe und ich weiß nicht, ob das selten ist, aber ich hab's nicht so oft gesehen, meine ich. Deswegen nehmen wir es natürlich mal mit. Ich werde jetzt nur nicht jedes Mal absteigen, wenn ich jetzt irgendwas sehe, was ich jetzt einsammeln könnte. Ich glaub, die gelben Blumen konnte ich jetzt auch einsammeln, oder? Keine Ahnung. Da sind auch nochmal Gegner. Komische Luft, als ginge man an einem heißen Tag in einen tiefen Keller und der Nebel. Plötzlich glaubt, das ist nicht so gut, wenn du mitkommst. Nein, ist es nicht. Alles okay bei dir? Hallo, ich hab dir grad das Leben gerettet. Beruhige dich, es ist vorbei. Herr, alles vorbei, alles hoffnungslos. Das vergesse ich nie. Ich suche einen Mann namens Hendrik. Er soll in diesem Dorf leben. Ja, das hat er jetzt nicht mehr. Sie haben ihn in dieser Hütte erwischt. Wenn du seine Schreie gehört hättest, gehört hättest, wie ein Mann schreien kann, wie er leiden kann. Erzähl mir, was passiert ist. Jedes Detail. Sie haben sie alle erwischt. Die Sonne ging unter und die Dämmerung färbte sich blutrot. Ich dachte nur, seltsam, die Kröten haben aufgehört zu quaken. Dämmerung. Sie haben sie zu Ende. Wie ist es? Ich werde sie Ich werde sie Wollt. Ich werde sie vergratet. Ich werde sie nicht mehr schontakt. Ich werde sie habe sie Sie werden sie Ich weiß nicht, was geschehen ist. Nur Schrecken übereil. Hendrik schrie. Dann flehte er. Am Ende hörte ich nur noch stöhnen. Oh, oh! Ja, da hinten haben wir die... Runde getötet. Oh, ich dachte gerade, da ist noch einer. Plötze. Ernsthaft. Jetzt ist da hinten mein Ziel. Hier. Ne? Er wurde gefoltert. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Vielleicht ist etwas in seiner Jacke. Verdammt, er ist kalt wie Eis. Nichts hier. Mal seine Taschen durchsuchen. Ganz steif, als hätte sich jemand im Winter zum Trocknen rausgehängt. Mal in die Stiefel schauen. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Muss zu einem Schlüsselloch passen. Hoffentlich ganz in der Nähe. Ja, und damit haben wir jetzt wieder eine neue Quest erhalten. Da hinten ist irgendwas. Das ist nicht gut. Ein Luftzug. Da muss ein Spalt unter den Trümmern sein. Ich sollte wohl etwas aufräumen. Sonst haben wir ja nichts. Können wir das mitnehmen? Nö. Na gut. Hallo? Du solltest das gerade öffnen. Ja. Interessiert mich nicht, ob das abgeschlossen ist. Muss ich den jetzt benutzen, den Schlüssel? Oder wieso? Quest Gegenstand. Kann ich nicht benutzen. Wieso kann ich das dann nicht öffnen? Weil er nicht will. Springen kann er. Aber er kann weder öffnen, noch kann er... Jetzt hat er es aufgeschlossen. Hä? Ich muss das nicht verstehen. Nein. Nein. Du solltest nur die Sachen nehmen. Was ist das hier? Vermisst. Tamara Stringer, Tochter des blutigen Barons. Vermutlich entführt. Großzügige Belohnung für denjenigen, die sie findet oder zurückbringt. Okay. Was? Was? Untersuchung? Interessant. Okay. Also da ist erstmal noch was. Können wir da jetzt was nehmen? Nee, Moment, da ist gerade was aufgegangen, genau. Ein Bestandsbuch. Ein Bestandsbuch. Bezahlung für einen Getreidesack. Fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrik tante sich als Händler. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Schlau. Interessante Überschriften. Vermisst und gesucht. Betrunkenes Schweinenkampf mit einer Hexe. Vorsicht, ist angebracht. Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert. Aussehen unverändert. Aschgraues Haar. Gesicht mit Narbe. Meidet den Kontakt mit anderen. Mhm. Meint ihr mich? Betrunkenes Schwein. Der sogenannte Baron brachte das Subjekt in seiner Burg unter. Oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron in Krenfels. Okay. Kampf mit einer Hexe. Das Subjekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit. Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelhain. Vorsicht, ist angebracht. Ich werde beobachtet von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Okay. Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Darum die Folter. Ich bin zu spät. Mein einziger Hinweis. Der Baron. Und eine Hexe. Verdammt. Gibt sich zur Burg des Barons. Okay. Moment. Hä? Ich wollte gerade sagen, wieso zeigt der mir das denn an, wenn ich da bin? Das müsste ja dann hier hinter sein. Ich wollte gerade sagen, was geht denn jetzt ab? Moment. Quest verfolgen. Hexenjagd. Finde die Hexe auf eigene Faust oder befrage die Bewohner Mittelhains nach ihr. Blutiger Baron. Begebt sich zur Burg des Barons. Also das sind jetzt... Moment, jetzt muss ich doch nochmal nachgucken hier. Ähm... Hexenjagd. Sollte ich ein kleineres... Ein Ciri's Fußstapfen. Ich hätte die Zweifel auf, dass ich eine Aschblahne Frau schergen konnte. Nichts greifbares in Erfahrung bringen. Jedoch hatte es einer der Inselgewaltige... Also da steht jetzt nichts drin von, ähm... Von Level. Also denke ich mal... Dass wir das jetzt erstmal weitermachen. Ich hab's jetzt so verstanden, dass alles irgendwie zur Hauptquest gehört. Deswegen bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ähm... Dann haben wir hier auch nochmal was. Da haben wir dann neue Quests, die wir dann machen können. Das sind alles Anschlagtafeln. Und die anderen Sachen sind, glaube ich, auf der Weltkarte, ne? Wenn ich das richtig sehe. Finde heraus, ob Ciri sich in Velen befindet. Velen sehe ich hier jetzt gerade nicht. Doch, wir sind... Moment, wir sind in Velen. Aber es ist nichts markiert. Hm. Na gut. Wir werden's dann in der nächsten Folge herausfinden müssen. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir das jetzt wirklich als erstes machen können. Oder ob wir erstmal die Sache mit der... Mit der Hexe, glaube ich, das war die kleinere, machen können sollen. Wie auch immer. Wenn ja, ich weiß auch gar nicht. Ich denke mal, dass wir dann vielleicht mit ihr kämpfen müssen. Sollten wir mit ihr kämpfen müssen. Ob wir das überhaupt schaffen. Weil wir sind ja immer noch Level 3. Und das ist ja... Die Hexe, glaube ich, war Level 5. Und der Baron Level 6. Oder umgekehrt. Fragen über Fragen. Ich finde's auch alles ein bisschen verwirrend. Weil dann so viele Quests auf einmal kommen. Und irgendwie scheinbar in verschiedenen Richtungen. Und... Naja. Wir werden's irgendwie herausfinden in der nächsten Folge. Ich freue mich auf jeden Fall sehr da drauf. Und hoffe, dass wir das ohne weitere Verzügungen dann auch herausfinden können. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.